Hallo Leute, hier ist der Max und heute widmen wir uns mal einer wichtigen Frage und zwar, wie sieht der perfekte Job in der IT aus? Oder eigentlich könnte man quasi auch sagen, was muss dein Arbeitgeber machen, dass man eben zu ihm will? Und nein, es ist nicht nur das Geld, weil ansonsten wäre man an der Stelle fertig und könnten das Video ausmachen. Ich finde, es ist keine unwichtige Frage, die man sich stellen muss, denn man verbringt ja den Großteil seines Lebens mit und auf der Arbeit. Und heute gibt es eine kleine Premiere oder zumindest was, was es bei mir schon sehr lange nicht mehr gegeben hat. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe den Noel mit dabei. Kannst ja mal ein paar Takte zu dir sagen. Aber selbstverständlich. Ja, ich bin der Noel. Ich mache ebenfalls YouTube-Videos, alles rund um die Informatik. Und ich habe ebenfalls wieder Max, den Fachinformatiker, gelernt. Bin dafür dann nach dem Ausbildungsende nach Frankfurt gezogen, um hier mein duales Studium anzufangen im Bankenbereich. Und Max und ich werden uns heute so ein bisschen darüber ausgiebig diskutieren, worauf es denn so ankommt bei Arbeitgebern. Ich meine, er hat da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln können als ich. Aber ich denke, wir haben da beide so gute Erfahrungswerte, dass wir da heute so ein bisschen drüber diskutieren können. Genau. Und wir werden das einfach mal so aus unserer Sicht erzählen, auf was es uns ankommen würde. Klar, ich meine, jeder ist da so ein bisschen individuell, aber wir haben uns ein paar Punkte überlegt, die uns wichtig sind. Und vorher nochmal, nicht billige Eigenwerbung kann man nicht sagen, aber Werbung nochmal für dich. Ihr könnt ja bei ihm mal auf dem Channel vorbeigucken. Wir haben da vor ungefähr einem Monat schon mal zusammen, ich glaube, ungefähr einem Monat ist es her, haben wir mal ein Video aufgenommen zum Thema Fachinformatiker Ausbildung. Echt gutes Video ist es geworden, muss ich sagen, und hat auch gute Aufrufe bekommen. Und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht lange um den heißen Brei rum. Geht los und zwar mit dem wichtigsten Thema, zumindest für viele, und zwar Geld. Ich meine, offensichtlichste Frage, die man sich stellen muss, hey, bezahlen die ordentlich? Absolut. Ich meine, auf Geld kommt es an, jeder muss sich seine Wohnung finanzieren, jeder braucht irgendwie ein Brot auf dem Tisch, was er essen kann. Und da muss halt der Arbeitgeber gut bezahlen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man sich nicht, ich sage jetzt mal ganz grob, sich verarschen lässt und sich ein angemessenes Gehalt bekommt und sich nicht unter Marktwert verkauft. Und da kannst du jetzt wahrscheinlich schon mehr dazu sagen, weil ich hatte jetzt noch nicht so viele Gehaltsverhandlungen in meinem Leben. Ich habe bisher immer das Azubi-Gehalt bekommen. Und selbst da gibt es ja, ich sage jetzt mal schon Abstufungen, da ist zum Beispiel cool, wenn du in einem Tarifvertrag landest. Aber wie ist das dann, wie hast du das denn wahrgenommen, so wenn du mal Gehaltsverhandlungen hattest oder so? Also es ist tatsächlich, ich bin jemand, es gibt wahrscheinlich welche, die können da super diskutieren und machen. Ich tue mir bei sowas auch ein bisschen schwer, aber es gibt ein paar Dinger, wo ich denke, die kann jeder machen. Und zwar, man kann, wie du gesagt hast, schon mal gucken, ob es einen Tarifvertrag gibt. Also wir sind beispielsweise in diesem Banken und Versicherungen, ARK, V, sonst was. Ich kann es euch unten verlinken, könnt ihr mal nachgucken. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Indikator. Rumfragen, wenn man Leute kennt, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Und ansonsten kann man noch übergreifend ein bisschen schauen. Beispielsweise Heise macht öfters mal solche Gehaltsreports oder ein paar Steps da und gibt es teilweise auch was, wo man zumindest schon mal grob das Ganze klassifizieren kann. Weil klar, man möchte auf der einen Seite nicht eine Sache sagen, die viel zu hoch ist, weil man dann oftmals das Bedenken hat, so nach dem Motto, wende denen jetzt sowas auf den Tisch haust, dann sagen die gleich und tschüss. Und natürlich möchte man sich auch nicht unter Wert verkaufen oder irgendwie, ja was haben, wo man selbst unzufrieden damit ist. Also es muss schon beidseitig irgendwie passen und man muss halt sagen, das kommt ganz entscheidend. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt bei mir auch immer viele Fragen so nach dem Motto, Max, was verdient man nach der Physi-Ausbildung? Das ist nicht so einfach zu sagen. Es kommt auf den Job an, es kommt ganz extrem auch auf die Branche und vor allem auf die Region an. Ich meine, wir haben Glück mit Branche und Region. Absolut. In Frankfurt, Bankenbereich, da ist man niveautechnisch, was das Gehalt angeht, ich sage jetzt mal eher oben angesiedelt. Wie viel Berufserfahrung hast du? Also ich habe jetzt, lass mal rechnen, 13 Jahre. Also ich mache das schon ein bisschen. Aber natürlich hat sich das auch gewandelt. Und da kommen wir auch, glaube ich, später mal an den Punkt Weiterbildung noch dazu, dass es natürlich auch wichtig ist, gerade auch fürs Gehalt wichtig ist, dass man eben am Ball bleibt. Außer man ist vielleicht Kobold-Entwickler oder so. Die sind immer gefragt, ja, aber es gibt halt ein paar Dinger, wenn du beispielsweise Netware oder irgendwie sowas kannst, das ist heute halt nicht gefragt. Also es ist wichtig, dass man auch auf dem aktuellen Stand bleibt und das schlägt sich dann auch im Gehalt nieder. Das ist so, das ist so. Können wir später noch dazu was sagen? Was ich noch habe ist, ich glaube, in Deutschland hast du es auch generell schwer wegen der Gehaltsbehandlung, weil niemand darüber redet. So niemand sagt dir oft, was dein Gehalt ist. Du weißt nicht oftmals, was deine Kollegen verdienen und das macht es unheimlich schwer, in diese Gehaltsbehandlung reinzugehen und zu sagen, ich will das, weil das ist der ungefähre Marktwert. Klar, du hast diese Reports, aber die sind meistens auch fernab von der Realität, weil es so individuell ist meistens, dass du das gar nicht so richtig abschätzen kannst. Und das ist natürlich dann meistens so der Vorteil für den Arbeitgeber, weil der natürlich dann weiß, hey, okay, der weiß nicht, was die anderen hier verdienen. Ich kann ihm jetzt x vorlegen und entweder ist er damit zufrieden oder er geht. Auf der anderen Seite ist das dann wiederum gut für dich, wenn du dich bewirbst, weil du dann vielleicht die Chance drauf hast, mehr zu verdienen als der Durchschnitt, weil du eben nicht weißt, was der Durchschnitt ist. Und vielleicht hast du da ein Angebot, wo beide Seiten mit zufrieden sind und du tatsächlich über Marktwert bist. Ja, wenn du dich gut verkaufen kannst, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Und bei jeder Gehaltsverhandlung bisher haben sie eigentlich das versucht in irgendeiner Art und Weise mit, ja, ist gerade so schlecht gelaufen und hier ist gerade nicht so gut und sonst was. Da kann man auf alles nichts drauf geben, weil ich bin der Meinung, es kann nicht sein und jede Firma lobt sich ja immer und jedes Unternehmen lobt sich ja immer gerne. Aber es kann nicht sein, gerade im Bankenumfeld, dass man sich jedes Jahr dafür feiert, dass das letzte Jahr das beste Jahr war und wir die erfolgreichsten sind und sonst was in der Richtung. Und im gleichen Atemzug den Leuten sagen, nee, gibt nicht mehr Geld. Das passt nicht. Also ich denke, wenn man da gute Argumente hat, es schadet sicherlich nichts, wenn man sich das merkt, wenn man quasi, wie soll man sagen, Dinge mit Außenwirkung, wie es so schön heißt, mal geleistet hat in der Firma. Also Sachen, die eben halt auch unternehmensweit bekannt sind, wenn man da seine Finger mit im Spiel hat, ist immer gut, wenn man sich das mal merkt und das dann bei Gehaltsverhandlungen da mit auf Brot schmiert. Und ansonsten, ja, es kommt ganz entscheidend darauf an, ob man sich gut verkaufen kann oder nicht. Und ich denke, das führt uns auch vielleicht sogar zum nächsten Thema, gerade was so Geldverdiener angeht, so Karrieremöglichkeiten innerhalb eines Arbeitgebers, innerhalb der Branche. Ich denke, was man immer weiter sieht, zumindest kann ich das so aus meinem Banken-Umfeld-Arbeitgeber beurteilen, dass jetzt immer mehr Möglichkeiten entstehen, Karriere zu machen, wo du nicht ins Management musst. Weil das ist ja meistens immer so die Sache, du willst Karriere machen, dann sagt der Arbeitgeber irgendwann, ja, okay, aber wir brauchen Management-Position, du musst irgendwas leiten. Und die meisten ITler, die meisten Techniker haben gar keinen Bock, irgendwelche Personen zu leiten, die wollen Code entwickeln. Genau, ja, sehe ich genauso. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als du. Die meisten Leute, die gute Techniker sind, sind keine guten Manager. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass es die Traumkombination irgendwie mal gibt, aber in der Regel ist das eher so eine exklusive Geschichte. Die Leute, die gut im Managen sind, sind nicht unbedingt jetzt die allerbesten Techniker und umgedreht. Ich will damit gar nicht sagen, das ist beides wichtig, ja. Aber das Problem, was ich da halt sehe, ist, gerade bei uns und meinen Banken sind jetzt da nur wirklich nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir sind nicht gerade dafür bekannt, jetzt so die innovativsten und schnellsten zu sein, wenn es um neue Dinger geht, umzusetzen. Und bei uns war es halt lange Jahre so, du hattest quasi für Techniker keine Karrieremöglichkeit im eigentlichen Sinne. Du hast irgendwo angefangen und die einzige Möglichkeit, die du hattest, war quasi sowas wie Teamleiter, Projektleiter zu machen, dann vielleicht mal irgendwann Abteilungsleiter zu werden, vielleicht mal irgendwann Direktor oder sonst was in der Richtung. Und das war was, das wollten viele Techniker nicht machen, ich ja auch nicht. Mein Chef hat mich regelmäßig, mein damaliger Chef, regelmäßig zugetexte, so kennst du schon die tollen neuen Karrieremöglichkeiten bei uns, werde Teamleiter oder werde Projektmanager oder so. Nein, will ich nicht, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben und das haben wir die letzten Jahre über doch ganz gut hinbekommen. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, du kannst jetzt Richtung Architektur gehen, du kannst Richtung Experte in einem gewissen Thema gehen, was natürlich auch letztendlich auf mehr Geld rausläuft, aber es ist ein Karriereweg eben auch für Techniker, der nicht ins Management führt und das, finde ich, ist eine gute Sache. Was ja bisher auch immer der Fall war, gerade bei großen Konzernen, gerade bei Banken, dass sehr vieles outgesourced ist. Du hast sehr viele technische Sachen, die bei irgendeinem dritten Dienstleister sind, weil die Bank keine Kapazitäten hat, diese technischen Rollen bereitzustellen oder sie das gar nicht will. Dann hast du den Punkt, dass vieles vielleicht an einem Außenstandort wie zum Beispiel Indien outgesourced ist, wo dann die tatsächlichen Entwickler stehen, weil das Lohnniveau geringer ist als in Deutschland. Und dann hast du den Punkt, dass es vielleicht dann noch ein anderes EU-Inland ist, wo das Lohnniveau trotzdem niedriger ist und dann musst du dir als ITler die Frage stellen, okay, die Bank, die Rollen sind gar nicht da, das heißt, du kannst gar nicht Karriere machen, sondern musst irgendwie immer so ein Managementteil machen, weil die technischen Rollen woanders liegen. Und das ist jetzt wirklich super, dass das so ein bisschen im Wandel ist, weil die großen Arbeitgeber gemerkt haben, okay, wir brauchen langsam so ein bisschen Know-how in Deutschland, in unseren eigenen Büros und das ist dann auch gut für die Karriere, weil man dann sagen kann, hey, ich kann bei einem großen Konzern als ITler Karriere machen und es wird weniger outgesourced. Das sehe ich genauso, das hat sich auch bei uns gewandelt die letzten Jahre über, man ist jetzt auch zu dem Schluss gekommen, so nach dem Motto, Hirn kann man schlecht outsourcen, ja, also du brauchst immer noch Leute, die Ahnung haben und da kommst du nicht dran vorbei und am besten ist, man hat die Leute selbst, anstatt sich dann für jedes Projekt irgendwelche neuen Leute zu suchen, die das jeweilige Unternehmen nicht kennen, ja, also diese Position gibt es und ist bei uns auch wieder verstärkt, was weniger wird und das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ist das outgesourced, also das Infrastruktur outgesourced wird, sprich, das immer mehr in die Cloud geht. Viele Unternehmen sagen, wir brauchen kein Rechenzentrum mehr, also wenn man in diesem Bereich ist, dann ist es heutzutage schwierig, das stimmt, es geht halt einfach immer mehr in die Cloud, infrastrukturtechnisch. Das stimmt, absolut, absolut, das merkst du gerade, die neuen Cloud-Deals, die geschlossen werden, auch wenn neue Rechenzentren gebaut werden, die sind dann für die Cloud. Ja, aber das ist, egal, ich mach jetzt weiter, was eigentlich ein guter Punkt ist, nämlich für das, was wir uns als nächstes überlegt haben, nämlich dadurch, dass viele Sachen eben nicht mehr so standortgebunden sind, wird natürlich das Thema Homeoffice auch wichtiger. Also ich bin ein großer Freund vom Homeoffice an sich, so von der Idee her, ich merke es aktuell, nur Homeoffice ist für mich persönlich, finde ich eher schwierig, gerade, wenn du, ich kann jetzt aus der Perspektive erzählen, wenn du neu ins Unternehmen kommst und neu einen Studiengang anfängst, der dual ist, da hätte ich es am Anfang besser empfunden, aber situationsbedingt. Aber ansonsten, Homeoffice, wunderbar, es ist an sich eine geile Idee und du bist viel, viel produktiver als im Büro, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich genauso, das wäre theoretisch mal ein Video, wo man sich komplett nur über Homeoffice auslassen könnte, aber ich bin da insofern ganz bei dir, also ich merke es auch bei mir, allein schon, dass du dir die Zeit hin und zurück sparst und die eineinhalb Stunden, die du länger schlafen kannst, du bist fitter, ich habe weniger Kopf, mir tut weniger der Rücken weh, weil ich halt quasi hier daheim auch entspannter bin. Es ist an sich einfach eine super Geschichte und wenn es nach mir geht, würde ich sagen, hey, ich hatte auch keine Probleme, dauerhaft Homeoffice zu machen, aber da ist jeder, da ist jeder ein bisschen anders, deswegen ist es wichtig, denke ich, dass da gerade auch in der heutigen Zeit und auch in was in Zukunft, geht das ja nicht einfach wieder weg, dass da der Arbeitgeber auch Wert drauf legt. Ich finde das Wichtigste, was ein Arbeitgeber machen muss und da habe ich Storys aus der Hölle, dass du passende Arbeitsgeräte bekommst und eine gute Infrastruktur, weil ich habe, guck mal, bei mir ist aktuell das Ding, wenn du im Homeoffice bist und du startest dein Banklaptop, so der Laptop braucht erstmal über lange zum Hochfahren und macht dir eine Lautstärke, wie es keine PS4 machen könnte. Super. Aber Wert drauf legen, dass Mitarbeiter dementsprechend auch gutes Equipment bekommen, dass die auch Bock haben zu sagen, ey, ich mache jetzt den Laptop auf und schließe ihn an und zack und let's go. Ja, da muss auf jeden Fall der Arbeitgeber für sagen, ich meine, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, man kann ja auch irgendwelche VMs bereitstellen, wo die Leute sich dann remote einloggen können vom Rechner daheim oder sowas. Es gibt ja Möglichkeiten, deswegen ist wichtig, dass der Arbeitgeber dann ein Auge drauf hat und sich überlegt, was kann man da machen. Ein Punkt, der vielleicht auch noch ein bisschen zu Karriere und so passt, ich finde, aus einem anderen Aspekt hat diese Homeoffice-Geschichte Vor- und Nachteile für beide Seiten. Ich meine, Unternehmen selbst sagen vielleicht, okay, wir brauchen keinen so großen Standard mehr wie bisher, man hat jetzt mehr Auswahl an Leuten, weil man theoretisch auch ganz deutschlandweit gucken kann, wenn man rein Homeoffice-Positionen macht oder gar international. Man selber hat auch mehr Auswahl, was Arbeitgeber angeht oder wenn man selbstständig ist, viel mehr Auswahl an Projekten, also wenn man da nicht vor Ort sein muss oder nur selten vor Ort sein muss, das hat auch in diesem Aspekt Vor- und Nachteile. Und naja, es werden halt auch gerade händeringend Leute gesucht, weil viele Unternehmen eben sagen, hey, wir müssen vermehrt Homeoffice bereitstellen. Also IT-technisch ist gerade echt, ich weiß, dass es für viele gerade Corona-Zeit schlecht geht, aber IT-technisch sieht es halt aktuell trotzdem relativ gut aus. Das stimmt, das hast du ja auch überall, Stellen werden abgebaut, nur die IT, da kommen Sachen dazu, das heißt, es ist an sich eine rosige Zeit, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber da stimme ich dir absolut zu. Ich denke mal, was ein großes Problem ist karrieretechnisch, ich glaube, wenn das nur im Homeoffice stattfindet, dass es schwieriger ist, sich sichtbar im Unternehmen zu machen. Weil wenn du im Büro bist, du kannst mit dem Kollegen plaudern, du hast mal den, du hast mal den, du lehnst Leute kennen, das funktioniert remote nicht ganz so gut wie vor Ort. Und das ist dann gerade diese Kontakte, die man so hin und wieder sammelt, das ist Gold wert für eine Karriere, sag ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und du hast Leute vor Ort, die quasi der erste Weg morgens ist beim Chef ins Büro und da erst mal gute Stimmung machen, ja, was auch immer. Und es ist tatsächlich schwieriger. Deswegen, was ich gemerkt habe, um jetzt vielleicht dann auch mal das Thema abzuschließen, weil ich habe da auch schon mal ein eigenes Video drüber gemacht, man könnte da total viel drüber erzählen. Aber was ich gemerkt habe, was echt praktisch ist, gerade jetzt in der Zeit, wo wir Dauer Homeoffice dank Corona haben, es schadet nichts, wenn man sich mal in die ein oder anderen übergreifenden Runden mit rein mogelt und ein bisschen vorstellt, was man so macht oder was man so tolles gemacht hat. Da kriegt der Abteilungsleiter mit, was man macht, da kriegt vielleicht auch andere Leute was mit. Also Hauptsache, dass der Name so ein bisschen im Gespräch ist, weil da hast du voll und ganz recht, das ist vor Ort einfacher als jetzt remote. Und das ist wichtig. Gerade für Karriere ist das wichtig. Man muss nicht den Hardcore, wie ich immer sage, Karriere-Grind machen und sehen, dass das wichtig ist. Bei der nächsten Gehaltsverhandlung ist nicht nur wichtig, dass euer Chef sagt, ja, der hat mehr Geld verdient, sondern auch der Chef von eurem Chef, weil der unterschreibt es wahrscheinlich erst, der muss das auch so sehen. Wenn das nur euer Chef so sieht, bringt das gar nichts. Auch ein wichtiger Punkt für mich jetzt bei der Arbeitgeberauswahl wäre Anbindung, Nahverkehr und sowas wie Jobticket. Weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe den Vorteil, ich wohne recht zentral in Frankfurt. Das heißt, Nahverkehr ist so gut wie gegeben. Funktioniert an sich eigentlich auch ganz gut. Und da war es mir auch wichtig, dass ich mit der S-Bahn, mit der U-Bahn meinen Arbeitgeber erreichen kann. So, ob ich jetzt 20 oder 30 Minuten fahre oder nur 10, ist für mich gar kein Problem. Aber es ist halt super angenehm, nicht aufs Auto angewiesen zu sein, sondern einfach zu sagen, hey, ich steige jetzt in die S-Bahn, fahre da 20 Minuten, höre mir währenddessen einen Podcast an oder schaue eine Folge Family Guy oder sowas. Und dann bin ich im Büro. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn du on top ein Jobticket bekommst, dass das Ganze halt, ja, for free ist, dann ist das, finde ich, schon ein gutes Incentive vom Arbeitgeberauswahl, was es lohnenswert macht. Ja, du hast ja von der Anbindung her, wenn du in Frankfurt arbeitest und in Frankfurt wohnst, ich meine, ich könnte mir vorstellen, so viel besser geht das nirgendwo anders in Deutschland als da. Ja, also in Frankfurt hast du ja wirklich die Auswahl von Straßenbahn bis S-Bahn bis U-Bahn bis Bus. Bus gibt es ja, vergesse ich immer, haben wir ja auch, fährt ja hier auch ab und zu mal rum. Also das ist wirklich super. Ich weiß, bei uns, ich meine, wir sind ja auch relativ zentral in Frankfurt und ich weiß, bei uns kommen halt auch relativ viele Leute von außerhalb und die kommen dann von sonst wo und sind dann irgendwie zwei Stunden mit Bus und Bahn und irgendwie unterwegs. Das muss ich sagen, wenn ich die Auswahl hätte zwischen zwei Arbeitgebern und jetzt der Gehaltsunterschied jetzt nicht so riesengroß ist, bei dem einen muss ich zwei Stunden durch die Gegend eiern und bei dem anderen muss ich 30 Minuten mal mit der Bahn hinfahren, dann weiß ich, was ich nehme. Ja, ganz klar, weil die Lebenszeit und den Stress, den müssen mir die anderen erstmal bezahlen, wenn ich da mehr habe. Das stimmt, das stimmt und das schleppt sich ja auch und das ist ja nur Best Case, vielleicht zwei Stunden. Was ist, wenn du Stau hast? Was ist, wenn eine Bahn ausfällt? Was ist, wenn es regnet? Das ist Stress, ich fühle mich jetzt schon gestresst, nur wenn ich dran denke. Da stimme ich dir zu. Ja, gerade mit der Bahn, gerade mit der Bahn. Aber Stress ist auch eine wunderbare, guter Stichwort. Wir haben uns nämlich noch so ein paar Punkte überlegt, die jetzt vielleicht keine in so eine große Kategorie reinpassen, die wir jetzt einfach mal so der Reihe nach uns anschauen. Stress ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, also sprich, wie belastend ist der Job, den man macht? Und da gibt es halt Sachen, die sind, wenn man mal außerhalb von der IT guckt, gibt es sicherlich Sachen, die sind deutlich belastender, aber es gibt auch in der IT Stellen, die sind belastender als andere. Zum Beispiel, wenn du 24-7-Support bist mit Schichtarbeit oder gar Telefonsupport, Endkundensupport. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die machen das gerne, ich nicht. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und wir haben ja halt bei uns auch einen Support, der 24-7 da ist. Und ich weiß, da gibt es viel weniger Bewerbung als bei anderen Stellen. Nee, kann ich mir vorstellen. Ich denke mal, die meisten, die in die IT kommen, die haben absolut gar keine Lust auf Schichtarbeit, weil die sich denken, hey, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Aber es ist notwendig, jemand muss sich um den Support kümmern. Du hast das vielleicht auch im Security-Bereich. Irgendjemand muss Sachen monitoren und auf Abruf bereit sein, wenn irgendwie hier ein Incident eröffnet wird. Das kann schon auf die Nerven gehen. Und vor allem muss man vielleicht auch sagen, gerade wir Schreibtischhocker, das ist jetzt vielleicht nicht so stressig in dem Sinne, aber es ist körperlich belastend, wenn du keine gescheite Ausrüstung hast, wie zum Beispiel einen höhenverstellbaren Schreibtisch und gut eingestellte Monitore, die deine Augen nicht komplett kaputt machen, einen guten Stuhl und so weiter. Vielleicht auch hin und wieder die ein oder andere Schulung oder wenn es gut läuft, ein Betriebsarzt, der sich das mal anschaut, weil du machst dir doch recht schnell deinen Körper kaputt, wenn du acht Stunden am Tag nur rumsitzt und dann nicht auf deine Haltung achtest. Also ich merke das mit meinen jungen 20, wie die Jahre am Schreibtisch schon zu schaffen machen. Und wenn du da nicht gegenwirkst, dann entwickelt sich daraus auch Stress in der Hinsicht, weil du dann ständig irgendwelche körperlichen Beschwerden hast. Und ich finde, da ist es super, wenn ein Arbeitgeber sagt, hey, wir haben Top-Notch-Schreibtische, wir halten einen guten Stuhl, wir haben hier vielleicht irgendwie Sportangebote oder so, die du nutzen kannst, damit der Arbeitgeber sich darum auch kümmert. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich wichtig und es ist auch mal, muss man sagen, es ist ja letztendlich auch im Sinne des Arbeitgebers, wenn der nämlich Leute hat, wie wir am Anfang gesagt haben, oder zumindest ich da meine, so Hirn kannst du oder Hirn ist schlecht outzusourcen, hast du natürlich auch als Arbeitgeber ein Interesse daran, dass die Leute möglichst gut ihre Arbeit erledigen können. Also es ist nicht eine reine Sache, wo man sagt, hier, das ist für den Arbeitgeber egal. Nee, gesunde Leute, die nicht permanent krank sind und was haben, ist auch gut für den Arbeitgeber. Also die Investition lohnt sich da meiner Meinung nach auch für den Arbeitgeber eben in gescheites Equipment. Und auch ein wichtiger Punkt ist die Frage, wie machst du das mit den Büros? Ja, weil du kannst dich nicht konzentrieren, wenn überall Krach ist. Ja, wenn du irgendwo halb auf dem Flur sitzt oder sowas. Oder in irgendeinem Großraumbüro, weil gerade Großraumbüros war ja so ein paar Jahre lang Trend. Ja, jetzt ein bisschen weniger. Weiß nicht, wie du das siehst. Also ich war bei meinem Ausbildungsbetrieb, da hatten wir, wir waren auch vielleicht nur vier Leute in der ganzen Abteilung, dementsprechend hatten wir auch kleine Büros. Das war wirklich angenehm. Du warst so ein bisschen nah am Wald, konntest Fenster aufmachen, hattest immer frische Luft, wunderbar. Jetzt bei der Bank sind das zum größten Teil so Großraumbüros, die ich allerdings während dieser Corona-Frühphase kennengelernt habe, wo teilweise man noch ins Büro durfte. Das heißt, es waren Großraumbüros, die aber immer leer waren. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht beurteilen, wie das ist. Ich stelle es mir aber schwierig vor, wenn die ganze Belegschaft wieder da ist, weil trotzdem, dass so wenige Leute da waren, war der Geräuschpegel manchmal halt schon hart, weil du hörst halt, wie der da hinten telefoniert, dann ist er irgendwie abgefuckt, weil ein Kunde nicht das macht, was er soll und so weiter. Dann regt er sich auf und du versuchst, ein Gespräch zu führen. Und das ist, bin ich nicht so der Fan von, wie kleine Büros, wo vielleicht vier Leute drin sind, wo du dich dann mit Kollegen vielleicht auch gut verstehst und dann so ein bisschen so deine Gang, würde ich sie jetzt mal nennen. Ja, das gehört ja auch dazu. Ist ja auch wichtig, dass man mit den Leuten gut klarkommt. Wir hatten es, also wir hatten es früher auch so ein bisschen, wie du beschrieben hast. Da waren die Büros auch nicht so groß. Leider hat man die bei uns total voll gestopft, weil der Standort zu klein war. Das war dann auch nicht so toll und als man dann umgebaut hat, ist man auf die glorreiche Idee gekommen, wir machen jetzt Großraumbüros. Zu einer Zeit, wo eigentlich dieser Trend zu Großraumbüros schon wieder vorbei war und da hast du halt genau das Problem gehabt. Da telefoniert einer, da regt sich einer auf, da labert einer, da überlegt sich einer, was er sich heute Abend bei Amazon bestellt, was auch immer. Also du hast dann ganz, ganz, ganz viele Dinger. Und irgendwann haben sie dann angefangen, wieder Wände aufzustellen in den Großraumbüros. Und da hast du halt gesehen, okay, irgendwie widersprüchlich. Erst sind wir cool und hip und machen Großraumbüros und dann stellen wir wieder irgendwelche Wände und haben wieder eigene Büros im Großraumbüro. Also ich bin auch kein großartiger Fan von. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil du es ja eben gerade auch angesprochen hast, so angenehme Arbeitskultur oder Arbeitsatmosphäre. Absolut. Also ich finde, ich halt immer, wenn ich so, du bist ja auch ein Fan davon, so hin und wieder das Stellenangebot von der einen oder anderen Firma durchzulesen. Wenn ich da so Sachen lese, wie zum Beispiel, ja, wir sind ein familiäres Unternehmen. So, wir sind wie eine Familie. Dann läuten bei mir alle Alarmglocken. Ja, ja, komm mal auf. So, ich denke mir so, nein, ich bin hier zum Arbeiten. Wir haben ein Arbeitsverhältnis. Ich bin acht Stunden am Tag da, vielleicht. Wir sind keine Familie. Ich schreibe dir nicht abends Gute Nacht und Guten Morgen. Wie geht's dir? Nein, ich finde, das ist so eine Red Flag, wenn das ein Arbeitgeber nimmt. Weil das heißt im Endeffekt nur, wir wollen dich ausnutzen. Bitte mach unbezahlte Überstunden. Im Prinzip schon. Wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber im Prinzip, ja, würde ich auch so sagen. Es geht ja noch schlimmer, so nach dem Motto, wenn sie erzählen, wir sind alles Freunde und Familie und so, ist meiner Meinung nach auch einfach nur, ja, wie soll ich sagen, einfach nur heiße Luft. Letztendlich, dass du dich da in irgendeiner Art und Weise verpflichtet fühlst für Sachen, die du dich eigentlich nicht verpflichtet fühlen solltest. Weil umgedreht ist es ja auch so, ja, wenn bei dir mal irgendwie was ist, dann ist die Frage, sehen die das dann immer noch so, ne? Wenn du sagst, hier, ich bräuchte jetzt mal hier noch zwei Tage mehr Urlaub oder muss mal zwei Tage weg, weil ich was Wichtiges erledigen muss, obwohl es gerade nicht passt, dann ist die Frage, ob du damit durchkommst, wenn du sagst, ja, wir sind doch eine Familie. Nee, das erlaubt ihr mir doch bestimmt. Dann damit steht und fällt, ob die es ernst meinen, ja? Ist halt meistens dann nicht so, aber ich gebe, ich gehe voll mit, also bei den meisten ist es einfach nur, einfach nur Gelaber, genauso wie diese Sachen mit, weil du es gerade von Stellenanzeigen hattest, dass die mittlerweile suchen nach sonst wie Dingern, du bist nicht nur Fullstack, du bist Frontend, Backend, Cloud-Architekt und Teamleiter, alles in einer Person. Wie soll das funktionieren? Das ist nicht realistisch. Absolut nicht, absolut nicht. Also ich finde, da müssen Arbeitgeber auch wirklich realistische Anforderungen an einen potenziellen Kandidaten stellen. Man ist keine komplette IT-Abteilung, man spezialisiert sich in seinem Thema, was einem Spaß macht und dann ist das so basta. Man hat ja gerade so bei Startups, wenn man da so mit einem Auge rüberschiehlt, so den Rockstar-Engineer und den 10x-Engineer und hast du nicht gesehen, wir sind Cloud-Native, bla bla bla, das A ist der Luft, da kannst du wirklich Bongo mitspielen. Ein agiler Enabler wird gesucht, ja. Ja, da gibt's, das Bullshit-Bingo ist da schon wirklich sehr ausgeprägt, ja. Oh Mann, nee, da gibt's, das ist, ja, da hast du voll und ganz recht. Also das ist auch die Aufgabe des Arbeitgebers, das ein bisschen realistisch zu gestalten und meistens ist es ja dann auch gar nicht, wie sagt man, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, also da wird oftmals total, total übertrieben und letztendlich machst du dann ganz normale Sachen, auch wenn es sich vorher total, total wild, wild irgendwie anhört. Absolut. Ich find, was noch jetzt komplett wieder 180 Grad, was aber zu Arbeitsplatz und Atmosphäre dazu zählt, ich find's wunderbar, wenn ein Arbeitgeber eine Kantine hat. Oh ja, ich auch. Ich find, das ist richtig geil. Das ist super, ja. Habe ich jetzt kennengelernt dürfen in meinem Ausbildungsbetrieb, sind wir zwar immer ins Industriegebiet gefahren und haben da mega gut gegessen, aber es ist halt immer noch ein bisschen teurer als so eine Arbeitgeber gesponsorte Kantine, wo du für eine Hälfte des Preises ein richtig geiles oder ein gutes Mittagessen bekommst. Vor allem geht's schneller. Ja, drei Etagen runter mit dem Fahrstuhl und zack, du bist in der Kantine. Das ist mega. Das ist super, das kann ich auch nur mal unterstreichen, Kantine ist eines der besten Sachen. Erstens bleibt das Geld irgendwie im Unternehmen, was du verdienst, gibst du da wieder aus, das könnte ich mir vorstellen, das ist bestimmt auch nicht verkehrt, aber es ist halt einfach schnell. Bei der anderen, selbst wenn du nur um die Ecke essen gehst, du gehst da hin, bestellst, du bist eigentlich unter einer Stunde nicht wieder am Arbeitsplatz und dann geht's schon relativ schnell. Und bei so einer Kantine gehst du runter, bei manchen kannst du sogar vorbestellen, gehst du runter, holst dein Futter ab, spachtelst rein und gehst wieder hoch. Also für mich ist das, für mich ist das super Geschichte, ja. Für mich auch, absolut. Vielleicht so jetzt als letzten etwas größeren Punkt, weil dann haben wir auch schon eine halbe Stunde, ist so was Weiterbildungsmöglichkeiten und dass man eben die IT nicht nur als kostet Geld wahrnehmen sollte. Also ich glaube, Arbeitgeber lernen immer mehr und mehr, dass die IT keine Kostenstelle ist. Also wir reden jetzt hier von Unternehmen, die nichts mit IT ansonsten zu tun haben. Also dass Microsoft IT nicht als Kostenstelle wahrnimmt, ich glaube, da müssen wir uns keinen Kamm drüber scheren, aber so eine Bank oder so ein Industrieunternehmen vielleicht noch eher oder sowas. Und ich weiß es von uns, wir haben gerade als Azubis sehr, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, beziehungsweise so Trainings an sich, die halt die Ausbildung so ein bisschen unterstützen. Du kannst ja vielleicht gleich noch was dazu erzählen, wie es dann wirklich dazu aussieht, wenn du wirklich eine Weiterbildung hast, um dann eine höhere Position oder eine andere Rolle zu nehmen. Was mir noch aufgefallen ist, meistens werden wir mit so Weiterbildungstrainings teilweise gerade in Konzernen überhäuft. Ja. Wo du dir so denkst, hm, okay, also finde ich cool, dass ihr dran denkt, aber das hat ja überhaupt keinen Nutzen und ist nur verschwendetes Geld. Ja, also zu Weiterbildung gibt es wirklich, ja, wie soll ich sagen, also die Schulungen, die ich bisher gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, also wie gesagt, Ausnahmen bestätigen da auch wie immer die Regeln, aber die meisten Schulungen, die ich bisher gemacht habe, die waren so, naja, also viel Inhalt, aber zum größten Teil abgelesen, vom PowerPoint großartig gelernt. Und ich weiß nicht, also gerade in letzter Zeit hatten wir relativ viele Schulungen von so Microsoft-zertifizierten Azure-Training-Leuten. Also ich hätte, glaube ich, mehr gelernt, hätte ich mal irgendwie ein Testprojekt oder einen Testaufbau mit zwei, drei Leuten gemacht und damit ein bisschen rumgebastelt und wir hätten geschaut, wie geht das, was kann man da machen und wie limitiert man da am besten Ressourcen und sonst wie, als dass ich mir vier Tage den Microsoft-Lehrer angehört habe. Klar, es gibt auch sinnvolle Schulungen und gerade, weil du vorhin angesprochen hast, so wenn man dann andere Positionen machen will, also bei uns ist das so, ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, aber es wird einem nahegelegt, dass wenn man Stellen wechselt oder wenn man sagt, man möchte jetzt was anderes machen, da werden dann manche Schulungen nahegelegt. Zum Beispiel einen Rhetorik-Kurs, also wenn man jetzt in eine Stelle geht, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr mit höheren Management-Ebenen zu tun hat, die reden halt doch schon ein bisschen andere Sprache als bei uns jetzt die Leute. Und da wird dir beispielsweise auch empfohlen, wenn du es nicht schon super drauf hast, dass du einen Rhetorik-Kurs machst oder so einen Präsentationskurs oder auch, wenn du doch dich dazu entscheidest, mal dich irgendwie als Projektleiter, Teamleiter zu versuchen, dann natürlich auch, dass du dann sowas, wo du Schulungen machst, wo es ein bisschen so zwischenmenschliche Sachen geht und wie organisiere ich das mit meinen Mitarbeitern am besten. Die sind dann auch Pflicht, wenn man sowas machen will. Das gibt's, die sind sicherlich auch sinnvoll, aber gerade bei technischen Schulungen, muss ich sagen, habe ich jetzt persönlich relativ wenig wirklich Überzeugendes gesehen. Also gerade so Soft-Skills-mäßig kam mir auch viel und klar, das nimmst du auf und das versuchst dann irgendwie anzuwenden. Also technische Schulungen, ich weiß nicht, was ich mir cool vorstellen würde, ist, wenn man mal als Abteilung vielleicht auf irgendeine Konferenz geht. Vielleicht da mal hingeht, da mal hingeht und wirklich so unter sich ist und da sich auch so ein bisschen mitnehmen kann. Vielleicht sind da noch Workshops organisiert, weil gerade in der IT brauchst du halt, ich sag jetzt mal Training on the Job, du musst es ausprobieren. So, du musst es selber anwenden, du musst die Konfig selber mal geschrieben haben, damit du das irgendwie im Kopf hast, ah okay, in der Zukunft wird mir das noch irgendwie helfen. Das heißt, irgendwie mal zusammen auf so eine Java-Ding zu gehen oder auf ein PHP oder auf ein CCC mal oder so zu gehen. Weißt du, irgendwas cooles, das wäre, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, wo ich mir sagen würde, hey, guck mal, die gehen regelmäßig auf irgendwelche Conventions oder so, ist cool. Ja, ich denke, solange das irgendwie noch auf freiwilliger Basis ist, dass man nicht die Leute dazu zwingt, die auf sowas gar keinen Bock haben, ist das schon eine coole Sache. Und eine Sache, um jetzt damit abzuschließen, was ich bei uns auch wirklich cool fand, damit haben sie jetzt auch erst in letzter Zeit angefangen, solche Innovations, ich weiß nicht, wie sie es eigentlich genau genannt haben, also solche Sachen, wo es darum geht, wer hat die beste Idee für XY und dann so ein Prototyp basteln dafür. Beispielsweise ging es das letzte Mal so, wer hat die beste Idee für eine neue App für den Außendienst und da konnte man dann quasi sagen, ja, wir würden vorschlagen, das und das zu machen und dann konnte man sich fünf Leute suchen, also komplett unabhängig, mussten gar nicht aus deinem Team kommen, du hast einfach Leute genommen, wo du dachtest davon, okay, mit denen komme ich gut klar, ich weiß, dass die Ahnung von haben, konntest du die raussuchen und hast dann versucht, da so einen Prototyp inklusive Präsentation zu basteln. Das fand ich eine coole Geschichte und das könnten die meinetwegen ruhig öfters machen, ja, das war am Anfang, haben sie sich ein bisschen schwer getan mit, wird bezahlt, wird nicht bezahlt, weil sie nicht wussten, ob die Leute freiwillig mitmachen, wenn es nicht bezahlt wird oder es kommt in der Richtung, aber das fand ich echt eine coole Geschichte und das könnten sie meiner Meinung nach auch ruhig öfters machen. Ich weiß nicht, ob wir sowas haben, müsste ich mal in Erfahrung bringen. Kannst ja vorschlagen, du bist innovativ, indem du Innovation vorschlägst, das ist ein agiler Enabler, haben wir hier wieder, ja. Das ist auch ein guter Abschluss. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind alle so mehr oder weniger los geworden. Leute, wenn ihr was wissen wollt oder ihr uns da überhaupt nicht zustimmt oder sonst was, schreibt es in die Kommentare, wir gucken uns alles an. Und ja, was bei mir schon Tradition hat zum Schluss ist, ich überlasse dir das letzte Wort, macht's gut. Ach Gott. Ja, freut mich, dass ich hier sein durfte. Wir haben uns sehr abwesant unterhalten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.